Die neue Saison geht wieder los. Wie war deine Off-Season? Die Off-Season ist gut verlaufen. Ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Probleme mit dem Knie. Ich musste das zwischenzeitlich ein bisschen ausruhen, aber ich bin eigentlich ziemlich gut vorangekommen und meiner Meinung nach auch besser vorbereitet als letzte Saison. Es kann losgehen. Wie sind dann die Ziele für 2020? Was setzt du dir persönlich für Ziele? Ziele sage ich nicht gerne, weil die dann meistens nicht in Erfüllung gehen. Ich versuche einfach, das Beste aus mir rauszuholen. Ihr habt heute das erste gemeinsame oder veröffentlichte Training gehabt, Kick-Off-Training. Was hältst du bis jetzt von der Mannschaft, was du so gesehen hast? Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Wir haben ein paar neue Leute. Es war ein bisschen chaotisch. Wir müssen halt noch die Truppe zusammen kriegen, aber an allem bin ich ziemlich zufrieden und ich hoffe, darauf lässt sich was aufzubauen. Super, Dankeschön. Wir sehen uns diese Saison. Auf eine schöne Saison. Danke, Rudi. Leo, fünf Jahre Sentinels, fünf Jahre Leo Udasco. Wie fühlt sich das so an? Ich komme nächstes Jahr wieder zurück und dasselbe wie immer eigentlich. Ich fühle mich wohl und das ist die Hauptsache. Wir haben einen neuen Offense-Coordinator. Max macht es dieses Jahr. Erster Eindruck von ihm heute nach dem ersten Training? Ja, ich meine, wir sind jetzt schon eine Woche hier. Ich habe Max schon eine Woche als Coordinator erlebt und ich meine, dieses Jahr gibt es eigentlich keinen besseren dafür. Er kennt die Jungs. Er weiß, wie wir alle drauf sind und kann sich demnach auch so mit besser, sag ich mal, in die Situation einfühlen. Und ja, dass er allein den Draht zu uns hat, ist, glaube ich, so die beste Voraussetzung, die er dieses Jahr mitbringt. Wichtigste Frage, die sich jetzt alle stellen, Ziele für 2020? Natürlich der Aufstieg. Danke, Leo. Ich lasse dich reingehen, weil es kalt. Danke, Leo. Chad, unser neuer Trainer für die Quaterbacks. Wie passiert es, dass ihr Teil der Sentinels seid? Das ist eigentlich ziemlich lustig, denn ich habe Max schon lange kennengelernt. Ich habe Fußball in Hanau und Frankfurt gespielt und bin in der Fußball-Kommunität hier in Deutschland für eine Zeit. Es ist gut, dass ich die Routen zurückgekommen bin, während ich in der Vergangenheit in der Vergangenheit gespielt habe. Ich bin wirklich glücklich, dass ich ein Teil der Sentinels bin. Was sind deine persönlichen Gäste als Trainer hier? Meine Gäste als Trainer sind ziemlich einfach, ziemlich clean-cut. Aber es ist meine Erfahrung, meine Fußball-IQ zu den QBs. Und ich versuche, die Leute so schnell wie möglich zu werden. Was sind deine Impressionen? Du bist hier im Klub neu. Was denkst du über den Klub, die Organisation und alles? Ich bin wirklich sehr beeindruckt mit dem Klub. Ich kam in Deutschland schon ein paar Tage vor. Und die Fußballprogramme haben nicht so organisiert. Und es sieht wirklich aus, dass die Offensee und die Defensee sehr gut koordiniert sind. Auch die Körderer. Ich bin wirklich glücklich über das. Das sind zwei Schritte in die richtige Richtung. Und ich bin wirklich glücklich über die Saison. Danke für das Interview. Ich lasse dich jetzt, weil es kalt ist. Danke. Conor, letztes Jahr war dein erste Saison als Defenskoordinator. Das ist deine zweite Saison. Was hast du gelernt? Ich habe viel gelernt, eigentlich. Es ist ein sehr unterschiedliches Spiel. Wenn du der Trainer als Trainer bist. Als Spieler verstehst du bestimmte Dinge. Aber um es alles zu tun zu machen, ist es ziemlich ein Herausforderer. Ich bin auch als Defenskoordinator. Aber wir haben eine gute Gruppe von Leuten. Das hat es sehr einfach für mich zu transitionieren. Als Trainer. Und ich habe mehr gelernt, was zu erwarten von diesen Leuten. Und was zu erwarten von unseren Gegnern. Ich bin wirklich glücklich über die Erfahrung und die Erfahrung zu nutzen. Wir haben einen neuen Offense-Koordinator. Max wird es diese Saison. Was denkst du? Ich denke, Max wird einen guten Job machen. Er ist hier seit dem ersten Tag. Er ist unser VP. Er kennt die Offense. Er hat als Receiver gespielt. Er hat all diese Jahre gespielt. Er hat die Offense-Koordinator aus dem ersten Tag. Er versteht, wie wir das nutzen. Und wie wir unsere Strengths haben. Auf der Offense-Koordinator der Ball. Er kennt die Offense-Koordinator. Er kennt das alles. Ich denke, wir werden eine große Anerkennung in Produktion von diesem Jahr. Ich denke, er wird ein guter Job machen. Heute war der erste Kick-Off-Season Training. Was ist deine Anerkennung auf dem Team? Man, ich freue mich. Wir haben alle Leute von dem letzten Jahr hier wieder. Wir haben viele neue Leute, auch. Viele junge Leute, auch. Ich denke, diese Leute sind sehr hungrig. Von dem letzten Jahr, wir haben uns gebrochen. Wir haben uns zu gewinnen und gehen in der zweiten Liga. Ich denke, sie sind bereit. Ich weiß, die Trainer sind bereit. Es wird ein lustiger Jahr. Ich denke, das ist ein guter Start hier. Wir hatten 40-plus Leute in der Mitte Januar. Das ist nicht schlecht. Das ist ein guter Start. Es ist kalt. Was ist mit deinen deutschen Läsern? Du hast gesagt, du hast deutsche. Was ist das? Mein Deutsch ist besser als gestern. Wow. Okay, Conor, vielen Dank. Wir sehen uns die ganze Saison. Ja, genau. Danke.